Du kriegst deinen Sohn doch zurück, oder? Ich tue das Richtige, habe ich recht? Absolut. Wenn wir irgendwas für dich tun können, sag Bescheid. Wir bleiben in der Nähe. Richtig witzig. Mama, Emma. Ich hab dich lieb. Du kannst aber nicht immer machen, was du willst. Ja, wenn du erst einmal rausfindest, was ich tue und wieso wirst du entsetzt sein. Warum nicht gleich? Los, entsetz mich.